Die spanische Demokratiebewegung Echte Demokratie Jetzt 15M ist auch in den Straßen Berlins in Deutschland in der Bundeshauptstadt angekommen. Konkret auf dem Alexanderplatz. Dort demonstrieren seit dem 20. August 2011 zwischen 20 und 150 Menschen auf dem Alexanderplatz für Basisdemokratie und für einen Systemwechsel. A Campada Berlin ist eine neue Protestbewegung, eine neue Form der Demokratie, eine Demokratiebewegung, die einen Systemwechsel bewirken und herbeiführen möchte. Wofür A Campada in Berlin genau steht, das erklärt in einem Telefoninterview einer der Teilnehmer vor Ort in Berlin, zugeschaltet am Telefon Matthias Merkel. Bei Radio TV IBS Liberty und Liberty and Peace Now, Human Rights of Horrors. Mein Name ist Andreas Klamm-Savart. Radio TV IBS Liberty, willkommen am Mikrofon, Andreas Klamm. In Berlin hat sich eine Gruppe von knapp 50 bis 100 Menschen versammelt. Die Zahlen schwanken, die eine Veränderung für Berlin und für Deutschland wünschen. Am Telefon zugeschaltet aus Berlin begrüße ich live Matthias Merkel. Er ist einer der Teilnehmer der Demokratiebewegung A Campada. Herzlich willkommen nach Berlin. Ja, hallo. Wofür steht denn A Campada? Na ja, also wir fühlen uns als Teil dieser aus Spanien kommenden 15. Mai-Bewegung. Wir setzen uns ein für echte Demokratie, womit wir tatsächlich Basisdemokratie meinen. Berlin und A Campada Berlin bemüht sich im Moment darum, auf dem Alexanderplatz ein Camp zu errichten, das als Forum allen Bürgerinnen und Bürgern dienen soll, als Forum sich über diese Gedanken auszutauschen und darüber, wie wir einen kompletten Systemwechsel erreichen können. Dazu wollen wir eben nach spanischem und jetzt im Moment auch israelischem Vorbild ein Camp errichten, wo Leute campieren können, also auch symbolisch sozusagen sich den Platz nehmen und wo in der Mitte diskutiert wird über all diese Fragen. Vor zwei Wochen wurde den Opfern des SED-Regimes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gedacht. Bundespräsident Dr. Christian Wulff hat die Menschen in Deutschland, in Berlin und in aller Welt dazu aufgerufen, sich für Demokratie, für Freiheit und für Menschenrechte einzusetzen. Gibt es da einen direkten Zusammenhang oder gibt es einen Zusammenhang zur bevorstehenden Wahl in Berlin? Ich weiß nicht, da müssen Sie Herrn Wulff fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ja, vielleicht meint er uns, vielleicht hat er uns dazu aufgefordert, das zu tun. Das weiß ich nicht. Für uns gibt es da keinen Zusammenhang. Es gibt auch aus unserer Sicht keinen direkten Zusammenhang mit der Wahl in Berlin. Die ist nun mal jetzt. Es gibt den Zusammenhang, dass wir einfach glauben, es ist höchste Zeit. Wir wollen das anfangen, auch in Deutschland. Wir wollen anfangen, dass wir über sowas diskutieren. Wir wollen anfangen, dass wir einen tatsächlichen Wechsel herbeiführen, dass wir aufhören, rumzufrickeln und da und hier und dort ein bisschen was nachzubessern. Wir glauben, dass wenn man zur Wahl geht, dass man seine Stimme nur abgibt, weil man damit nur weiter dieses System, was sich überlebt hat, was jetzt ausreichend bewiesen hat, dass es nicht funktioniert, unterstützt. Deswegen wollen wir einen kompletten Wechsel herbeiführen und haben von daher keinen direkten Zusammenhang jetzt zu der Wahl, zu Bundespräsident Wulff und natürlich ständig jedem. Die Demokratiebewegung Akampada sieht sich einer massiven Ordnungsgewalt oder auch eines massiven Ordnungsstrebens der deutschen Staatsgewalt ausgesetzt. Wie können wir uns das zurzeit vorstellen? Es gab Zelte, die gibt es zurzeit nicht mehr in Berlin. Weshalb? Was ist geschehen? Wie reagiert die Polizei auf ihre Bewegung? Ja, das ist schon erstaunlich, wie die reagieren. Also wenn man bedenkt, dass wir eben leider bisher keine allzu große Bewegung sind. Also wir haben am Samstag, wir hatten am Samstag, am 20.8. Samstag, hatten wir tagsüber und bis 22 Uhr eine angemeldete Protestveranstaltung mit Musik. Das war ein wunderschönes Fest mit Diskussionen, Reden und eben in der Tat viel Musik. Das haben wir mit mehreren hundert Leuten auf dem Alexanderplatz gefeiert. Danach haben wir spontan beschlossen, dass wir bleiben. Eben nach diesem spanischen Vorbild bleiben, wir Zelte holen, aufschlagen. Das waren dann neun Zelte, die da standen, Samstagnacht, die dann nach relativ kurzer Zeit abgebaut werden mussten, beziehungsweise nach langer Diskussion mit der Ordnungsmacht wurde vereinbart, dass wir die Stangen aus den Zelten nehmen, sodass sie nur liegen. Und wir sitzen auf den Zelten, um wenigstens etwas von diesem Symbol rüberzubringen. Das wurde dann sozusagen Stück für Stück in den Tagen danach immer weiter demontiert. Man muss dazu sagen, diese Zelte dienten uns nicht nur zum Ausruhen. Sie sind eben vor allem ein Symbol für diese Bewegung. Die stehen dafür, dass Leute sich die Orte nehmen. Sie stehen andererseits natürlich auch für alle möglichen Probleme, weil sie sozusagen das Minimum dessen sind, was der Mensch braucht, um Schutz zu haben. Andererseits hatten wir die auch besprüht mit Botschaften. Also die sind sozusagen auch Träger unserer Slogans, unserer Ansichten. Das haben wir auf verschiedensten Wegen argumentiert. Vor der Versammlungsbehörde, Einsprüche vor dem Verwaltungsgericht mit Anwälten. Das wird einfach nicht akzeptiert. Das Zelten, das Campieren auf dem Platz wird nicht als Protestform akzeptiert. Und die Versammlungsbehörde und die Polizei vor Ort will uns vorschreiben, wie wir zu protestieren haben. Da werden wir gegängelt. Das ist relativ erstaunlich, weil wir eben in der Tat zwischen 50 und sagen wir 150 sind, die sich da vor Ort einfinden. Dann könnte man eigentlich meinen, da muss der Staat nicht so viel Angst davor haben. Andererseits sagt man uns ganz klar und deutlich auch, dass verhindert werden muss, dass wir größer werden. Wir glauben eben, wenn wir da jetzt 20 Zelte hätten, dass wir ganz schnell 100 Zelte wären und so, weil das ist das Bild, das Symbol, was infektiös wirken könnte. Ansteckend wirken könnte, vielleicht sogar zum Mitmachen anregen könnte. Akampada, für welche Interessensgruppe, für welchen Personenkreis steht es offen? Steht es für, spricht es gezielt junge Menschen an? Ist es als Jugendbewegung zu verstehen, als Jugendprotest oder spricht es die Gesamtheit aller Menschen in Deutschland an, die sich für Demokratie und Menschenrechte und Freiheit einsetzen? Das spricht die Gesamtheit aller Menschen an, wie Sie es eben eigentlich sagen, die sich für Freiheit einsetzen. Also selbst den Demokratiebegriff würde ich sozusagen noch mit Vorsicht genießen. Ich sage deswegen immer ausdrücklich, dass es sich um eine basisdemokratische Bewegung handelt. Wir werden auch da sehen, was das Richtige ist, über was muss man überhaupt abstimmen. Ich finde, das sind alles Fragen, die man mal zu stellen hat. Also ist die Abstimmung ein richtiges Mittel, über was muss man überhaupt abstimmen. Was lässt sich anders regeln in Menschen, in welchen Kreisen, in welchen Kommissionen. Wir wollen, dass Leute überhaupt anfangen, wieder sich zu unterhalten. Ich habe das selber in den letzten drei Monaten, wo wir versucht haben, das jetzt vorzubereiten und uns zweimal in der Woche in größerer Runde getroffen haben, um herauszufinden, wie das gehen kann. Ich habe das selber bemerkt, wie unfähig wir dazu geworden sind, inzwischen uns zu unterhalten, zu kommunizieren. Darüber, über Kommunikation herauszufinden, was man gemeinsam schaffen kann. Das können wir alle gar nicht mehr. Da sind wir von dem derzeitigen Wachstumskonkurrenzgedanken und so weiter, sind wir völlig versaut. Wir haben diesen spalterischen Gedanken des Parlamentarismus und dem sind wir zu lange nachgegangen. Wir können das alles gar nicht mehr. Da müssen wir überhaupt erst mal anfangen, das wieder zu lernen. Das, glaube ich, tut man in der großen Generalversammlung, in der Assemblea, wie die Spanier sagen. Da lernt man sich überhaupt mal kennen. Da lernt man herauszufinden, wo es überhaupt hingehen kann. Und ansonsten tut man es eben jetzt erst mal darüber, dass man auf den Alexanderplatz geht und sagt, ich bin nicht zufrieden. Ich empöre mich. Mich kostet das an. Ich will eine Änderung. Und alle Menschen, die eine Änderung wollen, die können sich uns anschließen, die können sich da beteiligen. Das war der Trick der spanischen Bewegung, dass die es geschafft haben, all diese unterschiedlichen Strömungen von Organisationen, von Meinungen und so weiter, alles sozusagen mal zu einer großen Protestbewegung zu formieren. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen für alle, die offen sein, die sagen, ich kann das und das einfach nicht mehr ertragen in unserem System. Was sind konkret, Sie hatten schon einige Beispiele genannt, weitere Punkte im Angesicht von 34 kriegsähnlichen Konflikten oder auch Kriegen, die in dieser Welt stattfinden, von Finanzkatastrophen, Weltwirtschaftskrisen und einer Masse von Armut und Arbeitslosigkeit, die ja auch in Deutschland anzutreffen ist. Jeder vierte Mensch in Deutschland ist von Armut bedroht oder befindet sich bereits unterhalb der Armutsgrenze. Was sind die Punkte, die Sie konkret kritisieren, jetzt vor Ort auf dem Alexanderplatz in Berlin? Ja, es ist eben schwer zu sagen, weil wir eben für diesen Systemwechsel eintreten und weil wir dafür eintreten, dass wir tatsächlich zu ganz anderen Lösungen kommen. Natürlich kritisieren wir derzeitige Energiekonzepte, weil wir glauben, dass es da ganz andere Modelle gibt. Wir kritisieren die Beschneidung der Solidarität in unserer Gesellschaft, die immer weiter geht. Sie haben das eben gesagt mit der Arbeitsproblematik. Wir wollen aber vor allem sozusagen aufrütteln, dass Leute das merken, dass das auch hier so ist. Dass dieses Land schafft es tagtäglich den Eindruck zu erwecken, alles ist in Ordnung und alles ist richtig und wenn sich jeder nur anstrengt, dann kann es ihm auch gut gehen. Das ist eben Quatsch, das wissen wir eigentlich alle. Darum geht es eigentlich überhaupt erstmal Leute aufzuwecken. Zu sagen, es ist nicht so und selbst wenn es so wäre, dann wären doch ausgerechnet wir natürlich dazu verpflichtet, uns darum zu kümmern, dass wir andere Strukturen schaffen, bevor es genauso, ja, bevor es alles noch viel schlimmer wird. Wie reagieren Berlin ist die Bundeshauptstadt? Es gibt eine Vielzahl von Medien, jeder große Sender, auch jeder mittelgroße Sender und jede kleine Tageszeitung hat eine Redaktion oder ein Hauptstadtstudio in Berlin. Wie reagieren die Kollegen von Presse, Film, Funk und Fernsehen in der Bundeshauptstadt und Medienhauptstadt in Deutschland auf die Aktion, auf die Demokratiebewegung Akampada? Naja, also das überrascht uns nicht wirklich, aber die reagieren sozusagen gar nicht. Also, da kommt keiner vorbei, die wollen dazu nichts wissen. Das ist sozusagen im Prinzip auch das Gleiche, wie es bei der spanischen Bewegung war, die großen Medien. Die gehören natürlich zu dem ganzen Spiel dazu, was wir kritisieren. Also, wir sind auch, also wir, das gehört auch zu unseren Forderungen an Leute, sich einfach selbst zu informieren. Wir glauben, wir glauben, dass diese Medienmächte genau dieses selbe widerliche Spiel mit uns spielen und prangern das an und wollen auch das ändern. Wir wollen tatsächlich freie Medien. Wir glauben, dass man sich viel besser informieren kann als im Fernsehen oder in den großen Tageszeitungen. Und, ja, auch deswegen werden wir natürlich ignoriert. Gut, die Taz war mal da und hat irgendwie uns über uns einen niedlichen kleinen Artikel geschrieben. Der liest sich nun so uninteressant wie irgendwas. Die junge Welt hat falsch berichtet, dass wir schon abgeräumt sind. Und ich weiß nicht, was die sozusagen umtreibt. Aber es ist ja auch schwierig, sozusagen, so dieses Spiel zu verlassen, wenn man mal drin ist. Der Alexanderplatz, oder Alex, kurz genannt, wie ihn die Berliner ja nennen. In Berlin sprechen die meisten vom Alex und nicht vom Alexanderplatz. Ist eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der Stadt Berlin. Es gibt viele Besucher aus aller Welt. Vielleicht auch eine gute Voraussetzung, zumindest die Menschen direkt vor Ort anzusprechen, Wie reagieren denn die Menschen direkt vor Ort, die an ihren Ständen, an ihren Infotischen und leider auch demontierten Zelten vorbeilaufen? Die interessieren, reagieren natürlich sehr unterschiedlich. Aber die allermeisten, muss man doch sagen, fassen das positiv auf. Die allermeisten sehen, dass wir da ernsthaft versuchen zu arbeiten. Dass wir ernsthaft versuchen, was zu bewegen. Und man spürt, dass sie sagen das auch, dass sie das wissen, dass sich was ändern muss. Ob das nun so radikal in der Weise, wie wir es fordern, stattfindet, das sind sicherlich die wenigsten so jetzt direkt dazu zu bewegen. Dazu fehlen auch, glaube ich, ganz sicherlich die, fehlt noch mehr äußere Not. Und wenn man an sich sozusagen eine Reise nach Berlin machen kann, egal wo man herkommt, dann geht es ja im Jahr schon nicht allzu schlecht. Aber wir werden da sehr positiv aufgenommen, sehr interessiert. Wir haben auch direkt vor Ort einige Aktive sozusagen dazu gewonnen, die da zufällig vorbeischlendern, davon gehört haben und dann spontan sagen, sie bleiben da und unterstützen uns. Und das ist überhaupt, wir brauchen natürlich einfach noch viel mehr Leute. Ja, wir müssen diesen Platz voll kriegen und erst geliehen. Acampada ist eine freie Demokratiebewegung nach spanischem Vorbild, also keine NGO, keine Nichtregierungsorganisation. In Berlin gibt es zahlreiche Vereine, Gruppen, natürlich auch Lobbyverbände und eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen. Eine davon plant ja beispielsweise eine Großdemonstration Anfang September um gegen den, in Anführungszeichen, Zitat, Überwachungswahn in Deutschland zu demonstrieren. Wie reagieren denn die politischen Verbände, Parteien, aber auch NGOs auf ihr Bemühen, einen Systemwechsel zu erarbeiten und herbeizuführen? Ja, da kommt uns viel Sympathie entgegen. ATTEC hat ein Unterstützungsschreiben formuliert. Ein schönes, das hätten wir kaum besser formulieren können. Freiheit statt Angst, was Sie jetzt ansprechen, ist immer wieder, das sind immer wieder Leute von denen bei uns vor Ort und helfen uns auch mit juristischem Beistand. kommen viele, gerade auch auf der Strecke, sozusagen aus anderen Projekten, haben Tipps, Anwälte dabei, helfen uns. Man muss dazu sagen, wir sind echte Anfänger. Wir sind sozusagen keine, eigentlich alle, die das begonnen haben, sind wir nicht erfahrene Straßenkämpfer oder Dauerprotestierer. Ja, wir sind ganz normale Menschen, die irgendwann gesagt haben, das müssen wir jetzt ändern, das müssen wir machen, das müssen wir jetzt auch hier durchziehen, das müssen wir hierher holen und haben von daher in dem Versammlungsrecht und so weiter, kennen wir uns kaum aus und sind da von daher sehr dankbar über andere Organisationen, die uns da sehr gut unterstützen. Acampada, Demokratiebewegung, die aus Spanien kommt, ist inzwischen auch in Berlin auf dem Alexanderplatz angekommen. Die Mittel, die Sie anwenden wollen, um einen Systemwechsel herbeizuführen, sind die friedlich in der Natur oder können Sie sich auch vorstellen, ähnlich wie in Tunesien oder Ägypten, zu weiteren Mitteln zu greifen? Nein, das können wir uns überhaupt nicht. Wir sind davon überzeugt, dass das nur mit absolut friedlichen Mitteln geht. Auch wie wir jetzt der Polizei im Moment begegnen, das ist nur friedlich, nicht immer von deren Seite. Aber wir können uns das nicht vorstellen, das ist auch nicht unsere Aufgabe, wie der Tunesier hier eine Diktatur abzulösen, sondern wir haben ja zumindest im Namen quasi das Wort Demokratie. Das gilt zu verfeinern. Es geht im Prinzip darum, aus einer repräsentativen Demokratie eine Partizipatie zu machen. Und das muss mit friedlichen Mitteln geschehen. Setzen Sie sich beispielsweise auch für Volksentscheider ein, wenn es um Projekte wie Kopfbahnhof oder Bahnhof tieferlegen in Stuttgart 21 geht? Ich glaube nicht, dass Volksentscheider das ein richtiges Mittel sind. Ich glaube eigentlich, dass diese Spaltungsgrabenkämpfe, diese parlamentarischen eigentlich eher verstärken. Dass sie da ein Verstärker sind für diese Probleme, die da entstehen, auf der Repräsentationsstrecke. Von daher, wir setzen uns nicht für mehr direkte Demokratie ein, wir setzen uns nicht für ein bisschen mehr Demokratie ein, wir setzen uns schlicht für Basisdemokratie ein. Und das ist ein Systemwechsel und dem ist nicht, da ist nicht irgendwie mit ein paar Volksentscheiden hin und wieder, dem ist da nicht beizukommen. Das heißt also nach Vorgabe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ja jedem Menschen, also 82 Millionen Menschen in Deutschland garantieren, die Angelegenheiten seines Landes, und das ist jetzt in Berlin natürlich dann Deutschland, mitzugestalten oder auch zu steuern. Ja, genau. Ohne ein Parteibuch in der Hand halten zu müssen. Ja, ein Parteibuch, ohne überhaupt ein Parteiensystem zur Verfügung zu haben. Was sind konkrete Bedürfnisse, die Sie jetzt für die Aktion, Akampada auf dem Alexanderplatz in Berlin hoffen zu finden? Wie kann das Projekt unterstützt werden? Also vor allem kann das Projekt damit unterstützt werden, indem man vorbeikommt. Indem man vorbeikommt, am besten ein Feld in der Hinterhand hat, falls wir irgendwann genug sind und einfach unsere Fels wieder aufschlagen, beziehungsweise doch noch vor dem Verwaltungsgericht das Feld als Symbol unserer Bewegung genehmigt bekommen. Wir müssen einfach ganz viele sein. Wir müssen zeigen, dass wir viele sind. Auch dieser Gedanke, dass wir in der Generalversammlung uns kennenlernen, austauschen, darin weiterkommen, den müssen wir präsentieren können. Dazu müssen wir irgendwie im Prinzip natürlich Tausende sein. Wir müssen Tausende sein, um zu zeigen, dass das geht. Ich war selbst in Madrid und in verschiedenen spanischen Städten, habe mir das angesehen. Wenn man das einmal erlebt hat, wie das funktionieren kann, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt, das ist unheimlich toll. Das vergisst man nicht und das würden wir gerne vorführen. Und dazu brauchen wir schlicht und ergreifend viel mehr Leute. Ganz konkret freuen wir uns immer über Leute, die uns was zu essen vorbeibringen, die uns helfen, sei es mit einer Autobatterie, damit wir da das D-Lan aufrechterhalten können. All solche Dinge brauchen wir natürlich immer ganz konkret, Wasser, Essen. Aber vor allem brauchen wir Leute. Wir brauchen Leute, die sich dem einfach anschließen wollen. Im Moment ist das Wetter ziemlich glänzend in Berlin. Zwar regnet es immer mal, aber an sich, es ist warm, es ist schön. Auf dem Alexanderplatz sich rumzutreiben, ist toll. Kommt einfach her, helft uns. Wenn Menschen jetzt sich für Akampada und die Demokratiebewegung auf dem Alexanderplatz in Berlin interessieren und vorab vielleicht ein paar Informationen lesen möchten, wo gibt es diese Informationen abrufbar im Internet? Also wir haben einen Blog unter der Adresse akampada-berlin.blogsport.com Ansonsten bei Facebook in der Gruppe Akampada Berlin empfört euch. Da kann man sich informieren und natürlich vor Ort kann man sich informieren. Ja, das ist im Prinzip das Blog und Facebook. Oder man kann den Twitter-Hashtag Akampada BLM verfolgen. Sie hatten einige der Probleme schon angesprochen, auch der Grundprobleme, dass es den Menschen innerhalb der vergangenen 30 Jahre in Deutschland leider durch diesen Spruch Survival of the fittest, das heißt nur der Stärkere überlebt, abtrainiert wurde, miteinander in Verbindung zu treten, miteinander zu kommunizieren, sich entsprechend Respekt und Würde entgegenzubringen. Sie haben einige Probleme genannt. Gibt es auch schon Lösungsansätze bei Akampada der Demokratiebewegung? Naja, wir haben bisher keine eigenen Lösungsansätze entwickelt. Wir beschäftigen uns mit einigen Lösungsansätzen, die es gibt. Wir diskutieren hier über Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wir diskutieren über verschiedene Geldmodelle ohne Zinseszins beispielsweise, über Modelle, die ganz ohne Geld funktionieren. Wir diskutieren über solche Themen wie Wachstum, braucht man das überhaupt und so weiter. Ja, also wir beschäftigen uns im Moment im Prinzip mit Ideen, die es gibt. In Deutschland gibt es ja auch viele Gruppen, die sich inzwischen als Selbstverwaltungen bezeichnen und schon seit mehreren Monaten auch den Entwurf einer neuen Verfassung für Deutschland fordern und auch sogar schon einige Konzepte ins Internet gestellt haben zum Lesen. Ist das auch eine Idee, auch eine Bewegung, die von Akampada unterstützt wird? Das unterstützen wir grundsätzlich auch, ja. Und also damit befassen wir uns auch. Wir sind eben im Moment so ein bisschen wenig und können nicht alles auf einmal sozusagen aufnehmen. Aber das finden wir natürlich hochinteressant. Also auch in Island, wo das ja umgesetzt wird, tatsächlich. Klar glauben wir natürlich, dass dieses Modell von einer partizipativen Demokratie überhaupt erst möglich wird, seit wir die Mittel durch das Internet haben, das umzusetzen. Und aber deswegen ist es eben auch was, was wir dringend probieren müssen, weil wir es jetzt können. Sie sind auf harten Widerstand gestoßen durch die Staatsmacht oder durch die Ordnungsgewalt. Wie lange wollen Sie auf dem Alexanderplatz in Berlin ausharren, um vielleicht doch einen gewünschten Systemwechsel vieler Menschen im Interesse aller Menschen, die für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte stehen in Deutschland, herbeizuführen? Naja, mal sehen. Also wir wollen natürlich so lange ausharren, wie es irgend geht. Wir haben jetzt eine Genehmigung bis Freitagmittag. Also Genehmigung in Anführungsstrichen. Diese Genehmigung verbietet uns das Sitzen auf Stühlen und das Halten von Transparenten und das Schlafen vor Ort und das sein Brötchen ablegen auf dem Informationstisch und solche und solcherlei Dinge. Aber diese Rumpfgenehmigung, die haben wir bis Freitag früh. Wir haben jetzt eine Verlängerung beantragt. Mal sehen, ob wir die gestattet kriegen. Wir wollen so bleiben, solange es geht. Wir werden täglich mehr. Wir hoffen, dass das Exponential wächst. Und wir wollen eigentlich so lange bleiben, bis wir sozusagen eine Struktur gefunden haben, wie wir eine Berliner Assemblea einrichten, wie wir da sozusagen so eine öffentliche Struktur hinkriegen, wie wir uns darüber unterhalten können, um diesen Gedanken am Leben zu erhalten. Acampada Berlin, ist das auch ein Modell, das beispielsweise auch für Städte wie Stuttgart, Frankfurt, Darmstadt, Mannheim in Frage kommen könnte? Na klar, auf jeden Fall. Das haben wir ja auch nicht erfunden. Wir haben das aus Spanien mitgebracht. Klar, unbedingt. Das geht natürlich nicht darum, dass in Berlin, wir sind jetzt natürlich in der Hauptstadt, das interessiert uns aber eigentlich natürlich nicht, und das ist vielleicht im Moment ganz geschickt, dass es dadurch noch etwas mehr Aufsehen erregt, aber eigentlich ist das natürlich, Basisdemokratie funktioniert natürlich nur dezentral und von daher, es wäre natürlich toll, wenn das in ganz vielen anderen Städten auch stattfinden würde. Die Kölner sitzen da seit vielen Wochen auf einem Platz in Zell. Das heißt, in Köln gibt es bereits eine Gruppe, die auch der Demokratiebewegung Acampada aus Spanien folgt und dort versucht, dezentral basisdemokratische Ziele zu erreichen. Ja, also diese Bewegung nennt sich ja echte Demokratie jetzt. Wir haben das eben hier Acampada Berlin genannt, also bei Acampada eben, weil das so eben diese Camps in Spanien heißen, sozusagen als Hommage. Aber die Kölner vertreten dort diese basisdemokratischen Gedanken, die da herkommen seit einigen Wochen halten, die da aus haben eine Dauergenehmigung. Vielen herzlichen Dank für diese erste Information zur Demokratiebewegung Acampada in Berlin. Ich wünsche Ihnen gutes Wetter und viel Erfolg, dass vielleicht doch noch mehr Menschen kommen und ihr gut gemeintes Projekt und auch ihr gutes Projekt für Menschenrechte und Freiheit in Deutschland fördern und unterstützen wollen. Ja, vielen Dank. Das waren Informationen zu Acampada Berlin. Demokratiebewegung aus Spanien, 15M, jetzt auch in Deutschland angekommen. Acampada spricht alle Menschen, das heißt die Gesamtheit aller Menschen in Deutschland an und hofft darauf, dass viele Menschen auf den Alexanderplatz nach Berlin kommen, um für basisdemokratische Ziele, für Freiheit und für Menschenrechte vor Ort in Berlin einzustehen und zu demonstrieren. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV, IBS Liberty und Liberty & Peace Now, Human Rights Supporters, ist Andreas Klamm, selberortsjournalist, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen, Deutschland oder Radio TV, IBS Liberty, Andreas Klamm, Journalist, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen bei Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz in Deutschland. Weitere und ausführliche Informationen gibt es auch am Telefon bei Telefon 06236 41 68 02, 06236 41 68 02 oder 06236 48 90 44, 48 90 44 und natürlich bieten wir Ihnen auch Informationen im Internet zu unseren Radio- und Fernsehsendungen für internationale Völkerverständigung Zeit 1986. Informationen gibt es auch im Internet bei www.radiotvinfo.org noch einmal zum Mitschreiben radio-tv-info.org Ich danke Ihnen vielmals für das Interesse bei Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und sollten Sie nicht gesund sein, dann soweit wie möglich werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm-Sawort von Radio TV, IBS Liberty und Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.